Was für eine Überraschung, nach seiner Fake-Hochzeit im vergangenen Jahr verkündet, Let's Dance, star Knossi nun, sich mit seiner Freundin Lia verlobt zu haben. Im vergangenen Jahr feierte Knossi kurz nach Ende seiner Let's Dance-Reise in Las Vegas-Hochzeit mit seiner Freundin Lia mit Ruh, allerdings war diese nicht ganz ernst gemeint. Kleine Spaß-Hochzeit ohne Papiere, Frau Happy, schrieb er damals auf Instagram zu einem Foto, das das Paar in den Wüstenmetropole zeigte. Knossi und Lia werden Hochzeit feiern. Diesmal will er aber wirklich Butter bei die Fische machen. In einem Livestream erklärte er plötzlich, geh mal mit der Kamera auf meine Frau. Geh genau drauf. Geh auf die Hand. Es ist der Moment gekommen. Wenig später bekamen die Zuschauer Lia zu sehen, mit einem Ring am Finger. Sie hat ja gesagt, verriet Knossi glücklich. Die Liebeserklärung folgte auf dem Fuß. Ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals mehr eine so liebende Frau finde. Und ich freue mich einfach. Knossi und Lia. So lernten sie sich kennen. Knossi und Lia lernten sich während eines Livestreams auf Twitch kennen. Er habe sie angeschrieben, worauf mehrere Telefonate und Treffen folgten, berichtete er im Dezember 2020, als die beiden ihre Beziehung öffentlich machten. Die Fans glaubten zuerst nicht an Knossis Beziehung. Bei seinen Fans wurde Knossis neue Liebe anfangs mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Wegen des Altersunterschieds, er ist 37, sie 27 Jahre alt, musste er sich im Netz fiesen Kommentaren, wie, der neue Wendler, stellen. Außerdem wurde sie online mit dem Vorwurf konfrontiert, die Beziehung mit dem ursprünglich als Streamer bekannten TV-Star nur eingegangen zu sein, um die eigene Bekanntheit zu steigern. Während Let's Dance konnten sich Millionen TV-Zuschauer immer wieder davon überzeugen, wie gern sich die beiden haben. Bereits während seiner Teilnahme an der Tanzshow war immer wieder über einen Antrag gemutmaßt worden worden. In einem Livestream wollte ein User 2023 von Lia wissen, ob das Paar vorhabe, zu heiraten. Ja, antwortete Knossi für sie. Ohne Ehevertrag, weil du reiche Eltern hast, wie er lachend ergänzte. Damals betonte er aber auch, dass er zumindest den Heiratsantrag nicht in aller Öffentlichkeit machen will. Das werden wir dann privat machen. Das wäre für meine Frau der absolute Albtraum. Ich finde, eine Hochzeit ist etwas ganz Persönliches. Das würde meine Freundin nicht schön finden. So Knossi 2023ste. Und weiter. Das ist ein intimer Moment. Da muss die Öffentlichkeit nicht dran teilhaben. Das ist ein K extraterrestriert. Das ist ein K extraterrestriert. Das ist ein K extraterrestriert. Das ist ein K metropolitan. Das ist ein Karte.